Wir vom Bestattungsteam Lothar Schulze stehen Ihnen im Trauerfall mit Einfühlsamkeit und Kompetenz zur Seite. Wir beraten Sie bei allen Fragen und begleiten Sie bei allen notwendigen Schritten. Neben Erd- und Urnenbestattungen bieten wir auch Seebestattungen, Friedwald- oder Ruheforstbestattungen, Alm- oder Bärbgestattungen an. Ebenfalls können wir für Sie die Herstellung eines Diamanten aus der Asche in Auftrag geben. Selbstverständlich kümmern wir uns um alle Formalitäten von der Sterbeurkunde bis zur Abmeldung von Verträgen. Bestattungen Lothar Schulze, Ihr Berater im Trauerfall.